Ich habe heute freiwillig keine Termine oder Verpflichtungen. Jetzt hole ich Alex einfach nur noch von der Arbeit ab und dann genießen wir den wundervollen Tag zusammen. Hä? Was machen Alex und Kevin mit dem Typen da? Fuck, 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 fuck. Ganz ruhig, ich bin aber okay. Kann man irgendwann Ärzte wie ein bisschen, bitte? Wo haben sie Schmerzen? Oh, es tut weh und das ist der Idiot schon. Ich muss sie einmal abtasten, ja? Die Rippen haben irgendwas abbekommen. Du bist das schuld, Idiot, ey. Hören Sie am besten auf zu reden und bewegen Sie sich ganz schön rein. Bewegen Sie sich bitte kein Stück, okay? Das ist sofort der Erdweger. Am besten sind Sie jetzt einfach ruhig, okay? Das tut mir die Idioten, ey. Sie sind unterwegs. Fuck, so eine Scheiße. Wie konnte das passieren? Keine Ahnung, wir haben uns geschritten. Wir haben zu halb betrunken und dann ist er zwei Schritte nach hinten. Das ist der Kevin schuld, ey. Der ist alles Schuld. Da ist mein Scheiße, seit er mein Leben gekommen ist. Fuck ey, das ist Rüdiger. Der war vor ein paar Wochen bei mir im Taxi. Ich hab dem so ein bisschen geholfen als Motivationscoach. Ich wollte einfach, dass er sein Leben wieder auf die Kette kriegt. Hat anscheinend nicht so funktioniert. Kam da hierher, da war mega besoffen gewesen. Und da hat er mir irgendwie vorgehofft, dass er sein Leben ruiniert hätte. Ich lass mir sowas nicht sagen, es tut mir auch leid. Aber der kann doch einfach so's machen. Der ist auf die Straße hier ran. Der ist auf die Straße hier ran. Yo, ich hab damit nichts zu tun.